Jo und somit herzlich willkommen in Jurassic Park Classic Games Collection. Ja und, oh por your poor comments? Hä? Also, die klassischen Spiele von Jurassic Park. Ey, es gab richtig nice Spiele und wir werden das ein oder andere in diesem Video ausprobieren. Vielleicht noch nur eins. Es gibt das normale Jurassic Park 8-Bit-Spiel. Das sieht so aus. Dann haben wir einmal Jurassic Park Genesis. Das sieht so aus. Man sieht schon, es hat sich entwickelt. Dann Jurassic Park 16-Bit. Dieses Spiel habe ich früher geliebt. Dann Jurassic Park Portable. What the hell? Dann Jurassic Park 2 Portable. Game Boy. Rampage Edition. What the hell? Erinnere mich irgendwie an König der Löwen oder so. Also ich würde jetzt sagen, wir spielen das als erstes. Ich feiere die Spiele. Ja, da sind wir. Ocean. Oh no. Diese Effekte. Our reports have been coming. And that Biocene have destroyed the paddock. Ja, come on, let's go. Ich habe ein bisschen größer gemacht. Und nicht wundern, dass ich da am Mundwinkel eine Wunde habe. Wie gesagt, die Wunde halt langsam. Ich wurde jetzt nicht geschlagen oder so. Deswegen halt halt langsam ab. Aber egal. Wir sind drin und... Ich habe jetzt schon einen Treffer abbekommen. Nein, nein, nein. Warte, warte. Ich weiß, es ist schwer. Egal, wir schaffen das. Einfach rein da. Also. Warte, 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 warte. Der Sound ist zu leise so. Deswegen kann ich gerade nicht spielen. Speichern? Ja. Danke. Warum ist das denn so strong? Kann ich nicht irgendwie eine Rolle machen oder so? Ich sage es euch, ich spiele es durch. Mit der Energie, die ich jetzt da oben habe. Ich sage es euch, ich mache das. Was ist das denn? Kann man zurückspulen? Man kann zurückspulen? Das ist ja wie auf der Switch. Ja, spiele ich safe durch hier. Let's go. Also, ganz ehrlich. No problemo. Na, komm. Ich weiß, du bist doch da. Ja, Kompi, was ist los? Falls ich überhaupt ein Kompi war. Ich habe... Ich schaffe es mit der Energie. Ich sage es euch. Ich... Ich kam da früher sehr, sehr weit, glaube ich. Ja, natürlich werde ich wieder getroffen, Mann. Ich glaube, ich schaffe das nicht. Komm, ich schaffe das. Ansonsten, falls ich das mal nicht schaffen sollte... Ich sage es euch, ich spiele es in den Stream dann durch. Ich glaube, wir werden jetzt angegriffen. Yo, Kollege. Pass auf, yo. Easy. Alter, was für eine Reflexe ich halt habe. Wir hauen ab, wir hauen ab, wir hauen ab. Wir nehmen das Ding. Zack. What? Wie soll ich das denn schaffen? Das heißt doch, T-Rex kann nicht. Warum sind die dort? Bam, bam, bam. So, komm her, Rappi. Come on. Zack, springen. Zack. Ich bin einfach besser. Ich bin sportlicher. Ich bin alles. Ja, easy peasy. Also, ich schicke mir gleich den Entgegner, Kappa. Ach, guck mal, jetzt kann man... Pass auf, rechts ist ein irgendwie extra... Äh, äh, äh. Ich dachte, da gibt es ein extra Leben oder so. Warte mal, ist das oben die Zeit? 94? Hier links da war irgendwas. Ja, warte mal. Ich kann ihn so treffen. Ja, Kollege, tut mir leid. Moin. Hä? Hä? Warte mal. Es gibt mehrere Wege. Gehen wir da mal rein. Ey, man muss sich das wirklich for real auswendig lernen. Ansonsten geht das doch gar nicht. Sehr schön. Siehste, geht... Danke. Also, jetzt... For real jetzt. Es war eine Sackgasse. Jetzt müssen wir wieder nach rechts. Hi. Hör auf zu spucken. Mann, Mann, Mann. Einfach kein Benehmen, ey. Ja, komm, Dilo, ey. Schert euch zum Teufel. So, zack. Eintreffer sind wir weg. Ja, super. Stopp, man kann ja zurückspulen. Nein. Nämlich einfach der Zukunftsmensch oder so. Was ist los? Jetzt kriegen wir nicht einen Treffer ab. Ich sag's euch, ich komm bis zum Ende. Ich glaub, das, was es früher... Ich weiß nicht, ob das auf der Super Nintendo war, aber ich glaub, es war auch eventuell auf der... War es auf der Playstation 1? Weiß halt nicht. Das werden wir gleich mal spielen hier. So, wo sind wir denn jetzt hier? Ähm. Ähm. Ich weiß, man hat irgendwo Raketen oder so. Das war's. That's it. Also, ich wüsste nicht, dass ich gestorben bin. Ich darf jetzt keinen Schuss mehr abbekommen. Sonst bin ich... That... Hä? Ich schieß die ganze Zeit durchgehend drauf. Ach, come on. 16-Bit. Beste Spiel ever. Okay. 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 Shotgun-Munition. Ähm. Heben wir mal auf. Wie gesagt, ich hab keine Ahnung, wie das Spiel jetzt gerade hier funktioniert. Wir haben jetzt vier Schuss. Aber hab ich jetzt die Waffe ausgerüstet? Ich glaub, eher weniger. Ist er tot? Ich glaub, wir müssen walten ein bisschen. Kusch dich da. Ähm. Wie wechsle ich die Waffen? Hallo. Ich will doch nur wechseln. Ich kann meine Waffen nicht wechseln. Okay. Wir müssen jetzt kurz gucken. Hier gibt es bestimmte Gebiete, wo wir halt rein können. Wie ging das denn nochmal? Und wait, konnte man nicht ein bisschen an Bäume wegballern? Irgendwie? Nope. Ah! Danke! Vielleicht müssen wir hier noch nicht mal lang. Also, äh. Wir gehen noch hoch ins Jurassic Park. Will jetzt erabt Horgehege. Ja, passt auf. Ja, siehst du? Ich wusste doch, hier war was. Jetzt können wir schnell reingehen. Man sollte halt schnell sein, ne? Also, jetzt müssen wir warten, bis sich's auflädt. Und dann... Nicht schlecht. Geht doch. Ich sag doch, ich schaff das. Okay. Genau, hier können wir reingehen. Und dann, passt mal auf, was es früher schon gab. Oder? Warte. Doch, hier muss doch safe... Ja, ja, passt auf, passt auf, passt auf. Visitor Center. Passt mal auf, wie's da drin ausschaut. Oh mein Gott, so war das. Ja? First Person. Ich sag's euch, früher war das wild, was wir gesehen haben. Oh, wir haben auf jeden Fall hier Willitzer Raptor drin. Okay. Das sieht aus wie ein Fahrstuhl. Wir gehen aber einen Ticken weiter. Denn ich glaub, hier ist ein Raptor drin, oder so? Im Restaurant... Da drüben. Also, man erkennt es nicht, aber es ist ein Raptor. Ich zeig euch das mal ganz kurz. Oh, die klassischen Spiele sind so geil. Ich hab doch mal eine andere Waffe. Was stehe ich jetzt hier? Draußen hat das aber nicht so einfach funktioniert. Sag mal. Hi. Sag mal. Woher kommt der denn? Ach, der ist hier um die Ecke gekommen. Den hat man ja gar nicht gesehen. Ist hier was drin? Ach, ich weiß das gar nicht mehr hier. Pass auf, pass auf, pass auf. Hinter mir! Ich glaub, ich bin tot. Ich glaub, ich bin tot. Ich glaub, ich bin nicht tot. Sind die... Wait! Das bedeutet, die sind nur ausgenockt? Oh, sollen sie doch herkommen. Hey, ist das grad so schwer zu steuern? Tja, ich würde mal sagen, du hast Puff gemacht, wa? Ah, ja, ja. Wer die Spiele von früher kennt mit Doom und so weiter. Die... Junge. Das... Das ist... Ah, ganz anders. Oder Hexen. Oder weiß das nicht, was es noch gab. Ich weiß gar nicht, wofür sind wir überhaupt hier drin? Müssen wir irgendwas suchen oder so? Hä? Hä? Boah, was laufen die weg? War da nicht der Rex oder so? Voll chillig hier. Hi. Ich hab gehört, ihr seid gefährlich so. Ja, geht auf jeden Fall da. Stop it. Stop it. Irgendwo ist Rexie. Ich weiß das noch von früher. Ich weiß es noch. If you see the Triceratops, like you crazy. Okay, denke. Ich hab I gefunden. Rex left. Ah, das sind die speziell... Hi. Also, ganz ehrlich, als ob die mir was anhaben können. Also, schickt mir Rexie. Okay, pass auf. Machen wir kurz mal das andere Spiel. Oh, das Bild wird größer oder was? 1992. Guck mal, da konnte man sogar noch die Passwörter eingeben. Oh. Hä? Mit mir wird einfach Fußball gespielt. Warte mal. Sag mal jetzt ganz ehrlich. Was springe ich denn? Warte zurück. Kommst du hier rauf? Okay, er kommt nicht hier rauf. Das ist schon mal gut, oder? Was? Okay. Joe! Dilo! Okay, pass auf. Wir machen nochmal. Ich kenn die Steuerung nicht. Hier, schreit da oben. Stimmt. Zieh dich hoch. Ellen! Die Steuerung ist wild. Dilo, koschen da. Okay, man muss aufpassen. Okay, okay. Ich zerstör mir die ganze Nostalgie, Mann. Aber ich weiß nicht. Ich glaub, das Spiel hab ich nie gespielt früher. Ich kann mich gerade an dieses Spiel hier nicht so wirklich dran erinnern. Muss ich irgendwie kreisgedrückt halten? Ich muss kreisgedrückt halten. Ja gut, sag mir das doch vor. Terranodon. Warte, wir gehen am besten schnell rüber, bevor er kommt. Oh! Oh mein Gott. Slow Motion. Falsche Richtung, Ellen. Falsche Richtung. Falls es überhaupt Ellen sein soll, aber ich denke mal schon. Terranodon. Sag mal. Ich muss hier auch gerade... Es läuft gerade in Slow Motion. Ich schmeiß die Bomben. Okay, warte. Was ist das? Wir müssen dort springen. Passt auf. Zack. Äh, warte. Äh, warte. Was passiert hier? Ah, mal rüber. Äh, das war der höchste Sprung, den er je geschafft hat. Ähm, ich, ich... Ich komm nicht drauf klar, Alter. Ah, ist doof halt, dass es in Slow Motion läuft hier die ganze Zeit so ein bisschen. Ich hab halt nichts gemacht. Und warte mal, ich glaub, da oben liegt Energie. Problem ist halt, da oben ist ein Kompi. Ähm, Ellen. Ähm, du musst... Okay. Ähm, wie ducke ich mich denn? Ah. Das war wirklich Energie. Ich hab wieder vergessen, was man dingstet. Okay. Warm. Huch. Wo bin ich hier noch reingelandet? Ich sag's euch. Oha, das Bild sieht fett aus. Aber schade, dass alle Playstation 1 Spiele nicht da sind. Schade, das wär cool. Warte. Hä? What? Ähm, etwas schnell, oder? Aber wie werde ich die denn los? Wait, what? Was geschieht hier? Ähm. Soll man da irgendwie ausweichen, oder so? Wie willst du denn da ausweichen? Okay, pass auf. Ich schieße jetzt die ganze Zeit und... Keine Ahnung, was soll ich machen, Mann? Oh, Rappi! Ähm, easy. Ja, nicht wirklich easy, aber... Ich kenn den Rhythmus der Raketen hier... Okay. Keine Ahnung. Also. Ja. Das war doch mal, ähm, ne Nostalgie-Video. Ähm, wie gesagt, solche Spiele hab ich schon seit Ewigkeit nicht mehr gezockt. Ähm, ja. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn's euch natürlich gefallen hat, ey, ich würde mich über ein Kommi, Like oder natürlich auch über ein Abo freuen. Also, bis zum nächsten Mal.